Mein Name ist Jonny, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich studiere internationale Klimapolitik und werde von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert. Besonders gut gefallen hat mir bei der Sommerakademie der interkulturelle Austausch, der Austausch mit unterschiedlichen politischen Ansichten und Kulturen und dass man irgendwie dann doch zusammenfindet und sich auf gemeinsame Ziele und Wege einigen kann. Demokratie gestalten bedeutet für mich, dass wir alle aktivistisch tätig werden und Demonstrationen voranbringen, Bürgerräte, Klimaklagen, damit wir gemeinsam schnelle Antworten auf die dringenden Fragen dieser Zeit finden. Demokratie im Wandel bedeutet für mich, dass wir vor großen Krisen, die global sind, die teilweise nicht widerruflich sind und die miteinander verbunden sind, stehen und jetzt neue Wege finden müssen, um diese Probleme zu lösen.